Moin Moin, gerade bin ich wieder auf dem Weg nach Holland, allerdings ist es mal nicht zum Fischen, sondern da kommt mein Boot, das nicht an dem Auto hängt, mit einem neuen fahrbaren Untersatz. Ich habe mir bei den Sprang von Lund Eifelsport einen neuen Tega-Trailer bestellt und da bin ich gerade auf dem Weg um den Abzug heute. Wie der genau aussieht und was er besser kann, der andere, das werde ich heute gleich nochmal sehen. Musik 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 Das war's für heute.